Hallo zusammen, Wolf Fuss und Frank Buschmann begrüßen Sie zur heutigen Partie. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er bekommt die Unterstützung. Gute Aktion. Jetzt ist es gefährlich. Gute Ball verteidigt. Ballverlust. Fuchs. Macht er gut. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Long. Sieht gefährlich aus. Toller Pass. Ja, könnte was werden. Und jetzt die Chance. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungsgabe. Ecke wird kurz ausgeführt. Ball kommt in die Mitte. Gar Probleme hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt sind sie auf und da vorne macht er das Tor. Abgewehrt vom Torwart. Kurze Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Mertens. Jetzt der Ballverlust. Super Pass. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Gehalten. Sie klären. Ball im Haus. Gibt Ecke. Vielleicht können sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da. Der Druck ist im Moment enorm. Kurz ausgeführt. Gefährlich. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Super dazwischen gegangen. Der Pass zurück zum Keeper. Long. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da. Konterschoss vertan. Klasse Aktion. Ball ist weg. Klasse Aktion. Ball ist weg. Fuchs. Sie verlieren den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Zweikampf um den Ball. Und da gibt er Freistoß. Sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Was macht er draus? Holt sich den Ball im eigenen 16er. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Da zieht er ab. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Mertens. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Etwas später. Und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Jetzt. Alderweire. Und es gibt natürlich Einwurf. Und damit ist der Ball weg. Fuchs. Mertens. Schöner Spielaufbau jetzt. Und das ist natürlich jetzt der Ball vor Lust. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Long. Super dieses Zuspiel. Ne, der Ball ist erstmal weg. Ja, sie können erstmal klären. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Kann er was draus machen. Gute Aktion. Long. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Schöner Spielaufbau. Klasse wie er das macht. Holt sich den Ball. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Ah, toller Pass. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Fuchs. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. drei Minuten geht es um noch. Ballverlust. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Chance. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte nochmal mehr als Risiko geht. Durchgang 2 läuft. Fängt diesen Ball ab. So, Vorteil, nach diesem Fall, können sie das für sich nutzen? Er versucht es. Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Fuchs. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Viel Vorwärtszwang jetzt. Da erobert er den Ball. Vielleicht die Konterschance. Kein guter Pass, weg ist der Ball. Long. Klasse Pass. Was macht der draus? Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Ja, könnte was werden. Jetzt der Schuss. Die liegen vorne. Die waren klar schwächer, klar unterlegen. Und jetzt doch dieses Tor. Also jetzt bin ich mal auf die Reaktion gespannt. Jetzt haben sie hier die Führung. Wahnsinn. Damit konnte man nicht rechnen. Buschi. Die hat sich reingebissen in dieses Match. Und wenn es einmal läuft, hat man auch als Außenseiter eine Chance. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Sie haben den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt ist es gefährlich. Hereingabe geht's. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Ruhiger Spielaufbau. Das sieht gut aus. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Klasse Pass. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Donnerwetter. Die Führung hat ja nicht so lange gehalten. Ob sie da nach dem eigenen Treffer noch nicht wieder ganz bei der Sache waren. Auf jeden Fall das Spiel jetzt wieder ausgeglichen. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Freistoß. Und das ist auch die richtige Entscheidung. Führte Freistoß. Kurz aus. Macht das ganz sicher. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Klasse Pass. Ja, der Schuss jetzt. Der wäre gut gekommen. Aber der Spieler blockt den Ball ab. Gibt hier eine Ecke. Könnte gefährlich werden. Die kurze Variante. Da ist die Flanke. Die Ball geht gut zum Ball. Fossen ihn weg. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Da passt er auf. Das Ball geklärt. Schwab. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Zieht in die Mitte. Super Pass. Macht er ihn. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Eine kurze Ecke. Kann er was draus machen. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Ecke wird kurz ausgeführt. Hereingabe in die Mitte. Er ist da und kann den Ball hier klären. Fuchs. Kommt jetzt die Flanke. Mertens. Wichtiges Tackling hier. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Schaffen sie hier doch den Sieg. Die Fans glauben. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Ja. Geht gut dazwischen. Er kann klären. Sieht gefährlich aus. Da pfeift der Schiedsrichter. Und hier muss er auf Freistoß geben. Erhebliche Torentfernung. Das dürfte keinen Direktabschluss geben. Und die Situation geklärt. Reus. Ja, könnte was werden. Gefährlich. Jetzt kann er die Flanke bringen. Schön gelöst. Der Angriff im Keim erstickt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Was ein Kampf. Die letzten Minuten brechen an. Und beide Teams können das hier noch gewinnen. Sie brauchen jetzt ein Tor. Aber nicht so. Der Verteidiger kann den Pass unterbinden. Gute Aktion. Abwehr ist zur Stelle. Steilpass wird abgefangen. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt der Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball verloren. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist das Tor. Und da ist vielleicht schon der Sieg. Ja, ja, Wolf. Klicken wir auf die Uhr. Ich glaube, das wird jetzt eng. Das wird ja immer besser. Erst halten sie hier völlig überraschend mit. Und jetzt gehen sie auch noch in Führung. Und jetzt ist die Sensation wirklich greifbar. Lange ist nicht mehr zu spielen. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspieler ab. Das war wichtig. Vielleicht der Ausgleich. Gefangen. Geht jetzt noch was. Schaffen sie hier sogar den Sieg. Also möglich ist das. Sie sind im Moment deutlich überlegen. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen. Und es bleibt extrem spannend. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter gehen. Da kommt der Abwiff. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich noch die Verlängerung. Auf der anderen Seite. So wie sie gehen können. Und jetzt werden die. Hierиля. Sie Die Wände. Die Fröhre. Die Fröhre. Die Fröhre. Die Fröhre. Lieber das Bröme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017